So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon Level 85, also gestern alles rausgeholt, was rauszuholen war. Alle XP mitgeholt, was Rettet die Welt betrifft. Alle XP mitgeholt, was kreativ mitbetrifft. Tagesaufgaben. Also Level 100 kann kommen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in den Shop. Also, da ist einmal der Gildeguy-Paket drin. Das Gildeguy-Paket. Kann man machen, muss man aber nicht. Dann Zero drin mit Nullpunkt. Und dann haben wir Charlies Maximus wieder drin mit passender Pickaxe. Paid und Ohm sind wieder komplett mit drin. Die Orakelhacke, Spaltflügel, Schicksalsrahmen. Dann Aerobic Assassinen ist wieder mit drin. Der Seestern ebenfalls wieder drin. Das Taxi-Emote. Ah, ist okay. Dann noch die Pufferlackierung und Shaolin Setup. Ja. Dann noch der Papierflieger. Aber man hängt an dem Gleiter dran. Also nicht, dass ihr denkt, ich stehe, könnte oben draufstehen. Und dann ist das Chloe-Kim-Paket natürlich noch komplett drin. Die Karate-KO-Affenköpfe sind auch noch drin. Auch noch einzeln zu haben. Dann natürlich auch noch die ganzen Emotes, Rücken-Accessoire, Pickaxe. Also, wer ihm das gefällt, jetzt ist es noch drin. Dann Mary Jane ist noch drin. Grüne Kobold-Paket komplett auch noch jetzt drin. Dann natürlich die üblichen Pakete. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator-Code-YT-Family-Hack. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall noch einen schönen Start in die Woche und haut rein.